Also um das zu lösen, muss ich wissen, dass dieser Lg, der steht für den 10er Logarithmus. Das ist der Logarithmus zur Basis 10, also x ist Logarithmus zur Basis 10 von 0,01. Dieses 0,01, 0,01 ist ja 1 durch 100, sollte man im Kopf drauf kommen, und 100 ist ja 10 mal 10, also 100 gleich 10 mal 10, also 0,01 ist 1 durch 10 Quadrat, also ein bisschen spielen. Und dann gibt es dieses Gesetz, x hoch minus 1 ist 1 durch x, das kann ich auch mit x hoch, also statt 1 durch 10 Quadrat kann ich schreiben 10 hoch minus 2. Ich mag jetzt hier so ein bisschen verwirren, aber man spielt mit diesem Dings da und man spielt mit 0,01 ist 1 Hundertstel. Jetzt alles weg und schreiben. Also ich habe x ist der Logarithmus zur Basis 10 von 10 hoch minus 2. Und jetzt kommt die Definition des Logarithmus, das ist hier, also aus dem Log kommt eine Exponentialgeschichte, also 10 hoch x gleich 10 hoch minus 2. Exponentenvergleich, also 10 hoch grün ist 10 hoch grün, da müssen die zwei grünen gleich sein. x gleich minus 2, fertig. Ich hätte es vielleicht auch hier mal so ein bisschen, also wenn ich das so mache, habe ich 10 hoch x ist 0,01. Na ja, und dann muss man doch irgendwie, wenn man es ohne Taschenrechner macht, auf die Idee kommen, dass dieses 0,01, ja, 10 hoch x ist 1 durch 10 Quadrat. Man muss auf dieses 10 hoch minus 2 kommen, um das Ding dann zu lösen.